Servus Mountainbiker, heute präsentiere ich Rottal Total, wieder Fahrtechnikfolge, heute zum Thema Vordraht anheben oder landläufig als Willi bezeichnen. Ich wünsche euch wieder viel Spaß dabei. Beim Willi ist es entscheidend, dass man mit Körperspannung arbeitet und mit gestreckten Armen beherzt am Lenker zieht. Viele sehen den Willi eher als Eisdillentrick an, ich hingegen sehe schon Vorteile, wenn man ihn auch im Gelände beherrscht. Deshalb mache ich den Willi auch im Stehen und nicht im Sitzen, damit ich nicht, wenn ein Hindernis auftaucht und ich mein Vordraht darüber heben will, erst aufstehen muss und dann den Willi auszuführen. Um ein Hindernis auf dem Hinterrad zu meistern, reichen oft schon wenige Meter aus. Nun wieder viel Spaß beim Üben, bis zum nächsten Mal, ciao!